. . . . . . . Grüezi miteinander. Mein Name ist Carlos Peron. Ich komme aus der Schweiz. Genauer gesagt aus Zürich. Momentan lebe ich in Frankreich und Deutschland. Ich bin in vielen Bands involviert gewesen. Wie Transonic, Jello, Wolfsheim, Remo Park, Weissglut, Celebrate the Nun, Spartak und viele, viele andere. Es freut mich, dass ich dabei sein kann bei Prochetto Interacciones. Es es kreuzli aus Pompadour. Bye. TRIBAR Untertitelung des ZDF, 2020